Was geht ab, Leute? Moment. Ihr seid schief. Ich muss ganz schnell auf Inventar gehen. Ich habe hier einen Doppel-Raid und meinen ersten besten Freund. Shoutout an, meine beste Freundin, die auch mein erster bester Freund in Pokémon GO wird. Sie hat vorhin ein Raid gemacht und ihr wisst, wenn man schnell ins Spiel reingeht, kann man noch das Glückszeit zünden. Erster Freund. Um Viertel vor machen wir noch einen Freund, der Murat. Wie gesagt, jetzt erstmal hier der Doppel-Raid. Klangdino mit dabei, möglicherweise eine X-Raid-Einladung heute Abend. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann habe ich schon entweder eine bekommen oder keine bekommen. Das seht ihr hier erst am Montag. Und Sonntagabend kommt die Einladung. Ich fange jetzt mal das ganze Zeug, solange das Glückszeit läuft. Wir sind wieder am Start. Für euch war es kein Unterschied. Ich habe hier einen Cut gemacht. Aber wir sind vollständig. Jetzt kann es losgehen. Der Kleine hätte eigentlich nur hinten mitmachen müssen, weil der X-Raid da gemacht. Der muss gar nicht Doppel-Raid machen. Der ist ja gar nicht so krass. Verplant. Aber okay. Nimmt halt ein Doppel-Raid mit. Paarfreie Pässe. Also das ganze Geld, was er macht, geht nur in die Pässe rein. Keine Boxen, gar nichts. Nur Pässe. Da läuft bis dahinten, Mann. Das ist ja nämlich an meinen alten Pässe-Problemzeiten. Aber jetzt müssen wir raus. Er hat es glaube ich nicht geschafft. Ich glaube es geht trotzdem weiter. Man kann nicht jeden Raid mitmachen. So, das ist die andere, die wichtige Arena. Das ist jetzt nur ein Bonus. Kennt ihr Kirito von Sword Art Online? Haben wir letztens in den Streams öfters besprochen, wo man auch animiert. Sword Art Online. Er ist ja auch ein Dual-Wielder. Er hat zwei Schwerter. Und jetzt? Und jetzt? So. Und jetzt? Schauen wir mal. Der Kollege hat heute einen Hunderter gefangen. Schau doch an dich. Der Tobi. Freut mich. Das kriegen sehr viele Leute. Habe ich mitbekommen in Hunderter. Wie das begonnen ist? Das ist ja noch früh. Der ist ja noch lange da. Da werden auch noch eine Menge entfolgen. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier drauf drücke, weil der kriegt eh immer nur einen Schandsball. Egal wie hart der reinhaut. So. 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 Oh. Nix. Lass mal nicht weg. Leider nix Leute. So. 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 Can you see you go? Look at that little Regardad. And few. So. And four. Blue. And what are you doing? Geh doch nicht am besten durch, wir greifen uns in den Köln rein. Ok, erster Ball drin. Bam. So. Zweiter Freund erstmal. Shoutout geht raus an Murat. Guter Kollege. So. Zweiter, bester Freund. Bam. Und? Und? Mein Gott, wo bleibt die Animation? Da ist sie ja. Bam. Und rein in den Raid. So. Wir sind fertig mit dem zweiten Raid. Ich habe nicht hingeschaut. Es wird eine Überraschung. Und? Yeah. Beide sehr schlecht. Nur Bonbons. Nur Bonbons. Ah ja, schauen wir mal. Vielleicht gibt es eine Dioxys X-Raid Einladung für diesen Raid hier. Das heißt aber trotzdem, dass wir uns bemühen, die zu fangen. Das ist selbstverständlich hier. Wieder erster Ball drin. Bam. Heute läuft es. Beide Mutus, beides mal mit dem ersten Ball drin. Das war es von mir Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele beste Freunde ihr schon habt. Und? Und ja. Ansonsten wir mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen mich ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon is serious business. . 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